Wohin geht er gerade? Weiß ich nicht. Ah, da unten. Im Employee-Bereich. Jetzt springt er durchs Glas durch und schafft es nicht. Footprint. Ja. Aber dein Footprints enden und wieder anfangen, die Spur geht weiter. Du musst weit genug weg sein, dass er die nicht findet. Okay. Wir haben wieder diesen Reinforcer, einen Detective, der scheinbar schon Kameras checkt. Sind wir jetzt alleine? Ja, ne? Ja, ja. Bist du unten? Achso. Ich bin schon unten, ja. Ich will, dass wir noch mal probieren, ob ich den Eingang diesmal finde. Er ist relativ mittig, möchte ich anmerken. Ja. Kannst du den mal umbuxen? Ja, stimmt. Ja. Ne, jetzt nicht mehr. Egal. Oben bei dem Yuvalier sitzt der Reinforcer. Dann springe ich erst mal nicht raus. Und der Air Officer. Und ähm, auch der Detective. Also eine Hauptversammlung. Mehr oder weniger. Aber wir sind jetzt alle wieder weg. Also oben, ganz oben im Büro, bei dem, bei diesem einen Kicker-Automater, bei dem Spielgerät, da ist noch der Detective gerade rumgejumpt. Äh, bei mir ist noch der Reinforcer. Und die nen Spy. Ah, ich hab gleich geguckt. Oder sah das gerade nur so aus, als wäre dieser ein bisschen gelaufen. Also jetzt bitte gerade kein Feuer anmachen, will ich bitte vor? Also. Also Feuer machen. Cool. Steve liegt mal wieder in seiner Schatz cool drinnen. Ja, aber dann haben wir's keinen Spy. Das stimmt. Vorsicht, Klasse. Ach, scheiße. Jetzt wollte ich grad sprengen. Upsa. Ja, okay. Diesmal hab ich den Eingang aber gefunden. Ich bin stolz auf mich. Also oben sind alle, alle Vitrinen sind offen wieder oben. Jaja, der Grüne war's lucky. Das war der Lukas. Ah. Namen lesen mit Mozi. Aber Mozi, du bist grün, ne? Ja, ich weiß. Der Denkste ist oben, der, ähm, Officer ist oben bei den Juwelieren. Fährt jetzt so runter. Im Fahrstuhl. Ja, er schießt auf der grüne Leiche am Boden. Er zieht hinter dir. Jaja. Officer ist jetzt wieder in den Employee-Bee rein. Officer ist draußen. Officer beim Copcar. Eben kann's auch einfach X drücken. Also mit X machst du auch Taser. Vorsicht, gehört zurück ins Besuch. Alles feilte. Wie brauchst du? Der Treckleff ist hier oben wieder beim Juwelier. Mhm. Bozi, geh nochmal hoch. Der Officer ist auch oben beim Juwelier. Waren beide jetzt, sind beide wieder weg. Die kommen jetzt beide in deine Richtung. Spatzi. Aber da gucken die so selten dahinter, da kann man jetzt die Sekundung. mal Volt ganz unten ist offen. Wo sind die gerade? Weiß das wer? Einer klingt nach Volt ganz unten. Ein Detektiv ist bei mir. Treppen. Komm jetzt hoch, Vorsicht. Maske auf. Okay, jetzt nicht weg. Detektiv hinter dir kommt hinter dir runter die Treppe. Eni, Maske auf. Okay. Sind die gerade ganz oben wieder? Officer ist jetzt wieder im Keller. Detektiv müsste ganz oben sein, ja. Was hat der da gemacht? Was ist das denn? Ich wusste nicht, dass das geht. Ich auch nicht, aber er hat viel Zeit gehabt, das zu bauen. Boah. Aber das war mein Glück. Da ist er schon. Ah, jetzt ist er. Ah, er braucht dann noch gleiche für das nächste Treppe. Mega. Puh. Aber es hat nicht alles erlegt. Das ist ja interessant. Ja, okay. So, warte, ich kann leider gar nicht zum Ausgang bringen. Detektiv ist jetzt oben bei mir. Nicht mehr. Detektiv hatte falschen Ersourcen. Wieder dran. Ja. Äh, Officer. Großes Büro bei Computern. Mhm. Irgendwurz. Hat plötzlich X gedrückt? Ja, Mittler gewollt. Was geht bis da runter, what the fuck? 30 Meter. Ja, die Elevator waren auch alle aus. Ja. Ja. Ey, da ist Klotz-Hitrone. Ja, 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 ich mach ihn nur mit dem Ausgang. Warte, warte, warte. Ach so. Ach so. Danke. Wo sind die gerade? Weiß ich nicht. Ah, da unten. Im Employee-Bereich. Jetzt springt er durchs Gras durch und schafft's nicht. So dick. Jetzt springt er gar nicht. Schneller fragt, wie alt ist die Lucy? Wer ist die Lucy? Der Lucky. Ach so, keine Ahnung. Äh, wie alt ist er? Das Geld von den Juwelieren ist unten. Weggebracht. Oh, wir sind durch. Na ja, schön. Und unten den ganzen Juwelieren aufmachen. Ja, passt. Verdammt, ich bin falsch gestartet. Ich bin gemütet, was ist mit dir? Nein, du bist nicht gemütet, was ist mit dir? Ach so. Du hast gleich nach dir gehalten. Ich hab das Geld weggekriegt. Ach Gott, Junge. Was willst du? Waffenka- 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 Ja, Lust in Space. Ja, Lust in Space. Na komm. Ich bin sicher. Ich glaube an euch. Einer von euch will doch jetzt sicher das Feuer ausmachen, oder? Oder nicht? Oder nicht? Wollte es ja nicht. Ach, jetzt. Sehr gut. Tschüss, Lucky. Toll. Ja, der Lucky hat neben dir den erschossen. War der auch da, oder was? Der dürfte da oben gestanden sein, der Lucky. Aus der Urtier. Auf dem Balkon. Dann hatte ich ja richtig Glück. Ja. Naja. Ah, da kommt sie wieder. Die gute Dame. Aber da hast du einen kleinen Juwelier. Alle kaputt. Alle Fenster sind offen. Alle Vitrinen sind offen. Wir fangen dann an, den auszuräumen. Ich hoffe nur, dass die Dame jetzt nicht gleich zu mir kommt. Trage ich sie bei mir? Ähm. Yes! Im Smoke-Verstecken war der Weg zum Sieg. Habe ich dann halt 40 FPS. Ist das immerhin schon gelassen? Ihr Bruder hat FPS auf Spielaufglauben. Auf was spiel ich? Ich spiel's auf Kartoffeln. So. Lass mal gleich sein. Auf Kartoffeln hast du übrigens rechts oben auch keine Animation. Was für mich auch selbst. Ah, ja. Dann spart man mit ULM. Jetzt warte ich mir aussegau. Der ist weg. What the fuck? Ah, eh nee. Aber ich stehe... Ich häng bei der Fenster. Schau mal ab, bin ich ein Bohnen und tot. Ja, war lustig. Ich schieß so auf dich, dann fällst du aus dem Fenster und putzt weg. Warum legt der Kick mehr für müde einmal? Hallo! War das jetzt Karl oder was? Okay, der war das nicht. Ah, neune. Schade. Prost geworden. Ich hab auch gedacht, okay, im drittes Mal riskiere ich's nicht. Steve ist auch schon wieder hier bled. Hoppla. Hoppla. Wie viele Kinder hier? Ja, danke, ich weiß. The fuck up man, bitte. Ich kann gewöhnen. Ich kann gewöhnen. Was? Was für klassisch von wallchampen. Ich helfe dir da mal, ja. Was? Wir? Na, na. Danke. Jeder war für... äh, war für genau. Haha. Jeder Klasse kann das. Perfekt, ich hab gepinkt. Ja, siehst du auch, wo ich bin? Das ist scheiße. Na ja. Verdrückt. Ja, siehst du dann, dass ich da nicht hin komme gerade? Ich hab die Tree im... Ich bin in den Fahrstuhl gegangen. Achso, dann ist es die Leiche von... Ah, ja, die Leiche, okay. Ich denk mal gerade so. Einfach... klatsch. Tot. Einfach gut. Einfach gut. Bist du weg. Noll, ich schieße einfach nicht. Das ist... Eni, bleib stein, Heldi. Eni! Ich hab ja gar keinen Schaden gehabt, oder? Ich hab dein Leben gerettet. Danke. Armin! Hey! Ey! Jetzt geht's ja besser. Ich schieße auf die Helde. Wo denn noch? Jungs! Ich bin so... Auf geht's! Da ist er! Ich hab keine mehr! Ich bin weg! Halt! 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 Kommt drauf, du Arsch! Der Rote hier, der Rote! Perfekt! Ich bin Speed! Glaube, ich glaube! Komm zurück, du hast die Helde! Achso, ja, stimmt. Guck hier! Guck mal so! Hey, du darfst das hätten vom Gebäude! Guck mal! Perfekt, die sind nach oben! Was hast du denn? Hör, was hab ich denn jetzt? Was hatte ich da im Gesicht? Ich hatte so... Er war da bis zu mir! Ich hatte den voll... Ich hatte nur noch den rechten Bildschirmherrchen! Hast du getroffen? Fettshot!